So, ich probiere es mal mit Turmspielen. Machen wir mal Asian Towers. Machen wir mal 30 plus 10. Schauen wir mal, ob wir hier die Türme mal hochkommen. Die sind ja sehr hoch. Ich wollte gerade sagen, man kommt auch schnell hoch, aber kommt auch sehr schnell der Drache halt leider wieder. Ich hoffe halt, dass wir mal ein paar Sofortgewinne hier sehen. Das wäre nicht verkehrt. Ah, da schon oben. Jetzt bräuchte man nur noch das passende Sohn Bowl. Leider nicht. Sohn Bowl. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Und wieder alles weg. Komm, mach mal Türme voll jetzt hier. 4,50 Euro pro Step und 12 Euro sind drin. Ich überlege, ob ich die 12 Euro besser sicher oder weiter riskieren sage. Ja, da war der Drache. Komm, mach nochmal Asse oder die Frau. Asse oder die Frau, komm. Ich muss mal kurz einen Break machen. Und wieder rein. Und wieder rein. Und wieder rein. Das war's für heute. 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 Na gut, bis später. So, ich versuch's mal mit. Wie man's auch immer ausspricht. Mal gucken, vielleicht macht der Novolein ja noch was. So, ich versuch's mal mit. 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 So, ich versuch's mal mit.